Was zum... Wo bin ich? Was mache ich hier? Warum bin ich in einem Bus? Ich sollte echt mit dem Saufen aufhören. Und wo fährt der Bus überhaupt hin? Nächster Halt, Babylon am Rhein. Danach Duisburg. Babylon am Rhein. Das kann nichts Gutes sein, aber bestimmt besser als Duisburg. Hält der jetzt? Scheinbar nicht. Tja, jetzt ist die Frage, welcher dieser Halteknöpfe funktioniert und welcher eine weitere Enttäuschung in meinem Leben ist. Storp, du musst erst meine drei Fragen beantworten. Aber mach schnell, ich will nicht nach Duisburg. Frage 1. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Wie hieß dein erstes Haustier? Haustier 1. Wer ist das hinter dir? Da ist niemand hinter mir. Herzlichen Glückwunsch, dein Jikuist. 4. Ich wollte keinen Jiku-Test machen, sondern aus diesem Bus raus. Das ist mir wirklich egal. Aua. Endlich. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt im Bar. Ach, halt doch die Fresse.